Hallo, ich bin David und willkommen zu einer neuen Folge von Bußgeldcatalog.org. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr ein Fahrtenbuch richtig ausfüllt, wenn ihr eine Fahrtenbuchauflage bekommen habt oder eure Dienstfahrten steuerlich absetzen wollt. Wie füllt man ein Fahrtenbuch für die Fahrerlaubnisbehörde aus? Notiert vor jeder Fahrt Datum und Uhrzeit des Fahrtbeginns, das Kfz-Kennzeichen und die Fahrerangaben, also Name, Vorname und die Adresse. Nach Fahrtende ergänzt ihr ebenfalls das Datum und die jeweilige Uhrzeit. Zum Schluss müsst ihr das Ganze nach jeder Fahrt unterschreiben. Habt ihr eine Fahrtenbuchauflage erhalten und meint, dass diese nicht verhältnismäßig ist? Dann könnt ihr ggf. Einspruch einlegen und habt so eventuell die Möglichkeit, diese doch noch zu umgehen. Welche Einspruchmöglichkeiten ihr habt, könnt ihr kostenlos unter Bußgeldcatalog.org Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wie füllt man ein Fahrtenbuch für das Finanzamt aus? Die Angaben für das Finanzamt müssen etwas anders aussehen. Hier sind folgende Informationen Pflicht. Das Datum eurer Fahrt und der Zweck der Reise. Handelt es sich also um eine geschäftliche oder private Fahrt? Außerdem wichtig sind das Reiseziel, die Reiseroute und die Geschäftspartner, die ihr aufgesucht habt. Kilometerstand bei Beginn und nach Ende der Fahrt runden das Ganze ab. Außerdem müsst ihr jede Quittung einreichen, die in Zusammenhang mit eurer Dienstfahrt steht. Dazu gehören beispielsweise Tankbelege, Parkscheine oder sonstige Belege, wie beispielsweise die Rechnung für eine Reparatur, die wegen der Dienstfahrt angefallen ist. Wie ihr seht, ist es ganz schön aufwendig, ein Fahrtenbuch für die Steuer zu führen. Doch es lohnt sich mitunter und kann euch sogar einige tausend Euro an Steuern sparen. Denkt aber daran, dass das Finanzamt eure Angaben ganz genau prüft. Besonders wenn ihr unter Verdacht steht, dass diese nicht stimmen. Wenn das passiert, kann das Finanzamt euer Fahrtenbuch nicht nur für ungültig erklären, sondern euch vielleicht sogar für Nachzahlungen zur Kasse bitten. Während ihr gegenüber dem Finanzamt also durchaus Vorteile von einem solchen Fahrtenbuch habt, kann das bei der Auflage von der Fahrerlaubnisbehörde schon anders aussehen. Wie ihr diese zum Beispiel durch einen möglichen Einspruch gegen den vorgeworfenen Verstoß doch noch abwenden könnt, könnt ihr unter boostgeldkatalog.org slash Einspruch prüfen. Musstet ihr schon mal ein Fahrtenbuch ausfüllen? Was war der Grund? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Und wie immer, lasst uns ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und klickt auf den Abo-Button. Bis zur nächsten Folge von boostgeldkatalog.org.